Liebe Nutzerinnen und Nutzer dieser App, wozu braucht man eine App zum Beteiligungsbericht der Wissenschaftsstadt Darmstadt? Ich glaube, das ist eine sehr interessante und innovative Möglichkeit für Sie, sich darüber zu informieren, wie die Daseinsvorsorge in einer Stadt organisiert wird. Daseinsvorsorge ist ein schwieriger Begriff. Worum geht es? Es geht darum, wie können wir in Zukunft bei erhöhten Mobilitätsanforderungen in einer von Zuzug betroffenen Stadt weiterhin öffentlichen Personennahverkehr organisieren. Das macht bei uns die HEAG Mobilo. Wer kann die Energieversorgung ökologisch und finanzierbar leisten? Das macht bei uns die HEAG Südhessische Energie AG. Und wie können wir Wohnraum für möglichst alle Bevölkerungsschichten sicherstellen und bereitstellen, sanieren die alten Wohnungen, neue bauen. Das macht bei uns die Bauverein AG. Alle diese Unternehmen, die großen drei Leitunternehmen, sind in der Stadtwirtschaft organisiert. Wieso jetzt aber eigentlich Stadtwirtschaft? Kann das nicht auch privat organisiert werden? Wir sehen in ganz Europa Probleme mit der privaten Organisation von Daseinsvorsorge. Die Diskussion um die Wasserwirtschaft, die Verschlechterung des ÖPNV in vielen Ländern. Wir gehen einen anderen Weg. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger für die wichtigsten Bereiche ihres Lebens demokratisch kontrollierte Unternehmen haben. Die Information zu demokratisch kontrollierten Unternehmen liegt im Beteiligungsbericht der Stadt Darmstadt vor. Und Sie können jetzt diesen Beteiligungsbericht genau in allen Details studieren. Sie können sich informieren über das, was in diesen Unternehmen passiert. Über die strategischen Planungen, über die Bilanzen, über die Anzahl der Beschäftigten. Über 8000 Menschen arbeiten Tag und Nacht für die Stadt und die Region. Sie können sich darüber informieren, dass wir eine Kaufkraft von über 700 Millionen Euro haben, die den Bürgerinnen und Bürgern, der Stadt, den Handwerksbetrieben zugutekommen. All das wird geleistet und all das wird demokratisch kontrolliert. Das entscheiden nicht Industriekapitäne oder wer auch immer, sondern das entscheiden die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Stadt in den Aufsichtscremien und auch darüber können Sie sich informieren. Also ich hoffe, Sie haben viel Spaß beim Nutzen dieser App. Viele neue Erkenntnisse und wenn Sie mögen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bringen Sie Ihre Anregungen ein. Vielen Dank.